Schakelake Boom, Leute, ob ich auf meiner Reise nicht manchmal körperliche Sehnsüchte wie Kuscheln, Küssen mehr Nähe als Freundschaft vermisse, haben möchte etc. Also klar ist das geil, wenn man irgendwie Nähe hat. Ich liebe Nähe, Junge. Ich liebe Kuscheln, ich liebe Küssen, ich liebe das alles sehr. Aber ich habe für mich einfach rausgefunden, dass ich das mit einer Person lieber mag. Gerade auf einer Reise lerne ich natürlich auch täglich irgendwie verschiedene Männer kennen. Und ich bin persönlich einfach voll angeekelt, weil so viele versuchen, einen sexuell zu belästigen, anzufassen, obwohl man keinen Bock hat. Und ich bin mittlerweile einfach auf dem Pfad, wo ich sage, oh, nervt mich einfach alle nicht.